Hallo liebe Fischfreunde, heute ist es mal wieder soweit und ich präsentiere euch eine kleine Fischraumtour. Die Tour geht auch sofort los mit dem Kallaxbecken, wo die Otto-Theropsis-Piribe bei und die Otto-Zinclus-Korkammer wohnen los. An sich ist das ein Becken für tief entspannte, denn den ganzen lieben Tag ist hier einfach nichts los. Die Tiere, die ihr hier seht, lebten zuerst in der Küche in meinem Aquarienregal und sind erst vor kurzem ins Wohnzimmer gezogen. Und wie ihr seht, habe ich in diesem Becken auch diesen schwarzen Sand von JPL, diesen Sansibar Dark, verwendet. Ein Video zu diesem Sand verlinke ich euch hier oben, das ist ziemlich ausführlich dazu. Ja, in diesem Becken macht der Sand auch wirklich was her. Das Wasser ist wunderbar klar, die Pflanzen wachsen sehr gut und ob ihr es glaubt oder nicht, leben hier über 50 Otto-Theropsis-Piribe bei und genau 12 Otto-Zinclus-Korkammer. Und außer am Abend kann man kein Tier sehen. Abends haben die Tiere schon gelernt, um eine ganz bestimmte Uhrzeit kommt Bewegung in das Becken, denn sie wissen, jetzt muss die Gute endlich mal was zu Futter geben. Und wenn es dann soweit ist, dann seht ihr das Bild, was ihr gerade jetzt seht. Die Tiere habe ich natürlich mit Futter anlocken müssen, sonst hättet ihr eigentlich nur ein Pflanzenbecken gesehen. Ja, Pflanzen. Als Pflanzen gibt es hier Mose, Javafane, Anubien, Bukephalandren und trotz des ziemlich schwachen Lichtes, hier brennen tatsächlich nur 6 Watt drüber, sind noch Pogostamon Erectus mit am Start und ein paar andere Stängelpflanzen, die ich euch jetzt nicht aufzählen kann, weil ich gerade einen Hänger habe und mich an die Namen nicht erinnern kann. Ja, auf jeden Fall wachsen die Pflanzen super klasse in diesem Becken. Es gibt keine Algen, es gibt keine Düngung und außer Filter und Heizer gibt es auch keine weitere Technik in diesem Becken. Ja, und beide Otto-Arten mögen es eher kühler, also ist der Heizer auf 22 Grad eingestellt. Bis auf den Wasserwechsel alle zwei bis drei Wochen fällt in diesem Becken keine Arbeit an. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, hier Garnelen einzusetzen, damit ein bisschen Leben in die Bude kommt. Allerdings muss ich euch leider sagen, dass es mir in letzter Zeit ziemlich bescheiden ging und ich habe auch ziemlich häufig schon darüber nachgedacht, diese ganze Aquaristik drastisch zu reduzieren, weil irgendwie das Leben doof ist. Ja, aber das erzähle ich euch noch gleich, warum das Leben irgendwie doof ist. Auf jeden Fall, das Otto-Becken läuft so super und immer wenn ich da reinschaue, denke ich mir, nein, die Aquaristik kannst du doch nicht aufgeben. So einen schönen Blick kannst du dir doch eigentlich nicht verwehren. Ja, daneben steht ein anderes Becken mit ziemlich ähnlichen Massen. Es ist etwas größer und es beherbergt die Torpedobundbarsche. Und in einem früheren Video habe ich euch erzählt, dass mein lieber Freund Michael mir diese Tiere ganz überraschend mitgebracht hat. Und ich war echt von den Socken und habe mich super, super gefreut. Ja, die Tiere sind super selten im Handel zu bekommen. Vielleicht, weil die Zucht ziemlich schwierig ist und weil die Tiere recht scheu sind und weil, ganz ehrlich, jeder Apistogrammer, jeder Zwergbundbarsch stiehlt diesen Torpedobarschen, was Farbe angeht, die Show. Ja, es sind halt ganz besondere, ganz spezielle Liebhabertiere und wahrscheinlich ist die Nachfrage nach den Tieren auch nie sonderlich groß, so dass die Händler sie nicht vorrätig haben und die Wildfänge auch kaum gefangen werden. So kann ich mir halt nur erklären. Die Torpedos gefallen mir aber trotzdem super. Ich finde sie sehr, sehr spannend. Ich habe zwei Weibchen und ein Männchen und die Tiere kommen aus Südamerika und ein Video ist direkt nach diesem Video hier geplant und auch schon gedreht und gemacht, so dass ich mich hier über diese Tiere nur ziemlich kurz auslassen werde. Anders als die Torpedos kommen, Quatsch, nein, anders als die Apistogrammers, genau, kommen die Torpedobarsche aus Klarwasser. Es soll super weich sein und das ist auch so eine Sache. Die Zucht klappt nämlich nicht in mittelhartem Wasser, das habe ich schon hinter mir. Es muss super weich und sauer sein, aber eben kein Schwarzwasser. Ja, in diesem Becken gibt es ebenfalls einen Schwammfilter und eine Heizung, genauso wie in dem Becken von den Ototteropsis Spiribebei. Die Temperatur ist hier allerdings auf 24 Grad eingestellt und wie ihr gesehen habt, habe ich auch in diesem Becken Fadenalgen. Die sind irgendwann in der Einfahrphase gekommen und haben beschlossen zu bleiben. Und jetzt ist es für mich nicht wirklich ein Problem, dass ich hier Algen habe, denn es sind wirklich nur zwei, nein, stimmt nicht, drei Algenarten, die ich hier habe. Ich finde es nicht schlimm. Trotzdem sammle ich die Fadenalgen ab, weil sie irgendwann natürlich den Fischen das Schwimmen ein bisschen unmöglich machen. Aber Algen gehören für mich zur Aquaristik dazu und ich flippe nicht sofort aus, wenn ich Algen im Becken habe. Ich nehme es ziemlich gelassen. Meistens verschwingen die Algen irgendwann von selbst. Ich wollte in diesem Becken keine anderen Fische einsetzen, denn der Plan ist, die Torpedos auch mal nachzuziehen. Und weil die Weibchen ihr Gelege und die Babys echt gut bewachen, ist es für andere Fische ziemlich stressig, hier in diesem Becken aushalten zu müssen, wenn gerade mal die Vermehrung bei den Torpedos losgeht. Also habe ich mich entschlossen, eben nur drei Fische in diesem Becken zu halten und damit zu leben, dass ich sehr häufig keinen einzigen zu Gesicht bekomme. Ich habe deswegen hier ein paar Orangene Neocaridinas eingesetzt und zwei kleine Amano-Garnelen und die halten sich tatsächlich überraschenderweise ziemlich gut hier. Ich hatte nämlich zuerst Sorgen, dass die Torpedos die Garnelen vollkommen zerlegen, aber zumindest die großen, die adulten Tiere lassen die Fische in Frieden. Und vor einiger Zeit habe ich euch auch ein Video zu Aquarienabdeckung aufgetischt und in den Kommentaren kam die Frage auf, ob es unter der Abdeckung wegen der vielen Feuchtigkeit nicht anfängt zu schimmeln. Naja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal drunter. Und wie ihr seht, ist kein Schimmel vorhanden? Obwohl natürlich nach einem ganzen Tag die Feuchtigkeit unter der Abdeckung enorm ist und es trieft und tropft. Diese Antwort wollte ich euch einfach nicht schuldig bleiben. So und jetzt kommt mein aktuell aller, allerliebstes Lieblingsbecken. Das lange 1,40 Meter Bio Rio. Zu diesem Becken habe ich schon einige Videos gemacht und die findet ihr auch auf meinem Kanal. Das Becken hat mir noch nie Probleme bereitet und dafür immer ordentlich Spaß und Überraschungen beschert und zwar gute Überraschung. Im Moment, wie ihr sehen könnt, ist das Becken mega zugewuchert, aber ich liebe diesen Look. Durch die rötlichen Rotala Harra und die Kryptokorinnen, die auch nicht mintgrün sind und das warmweiße Licht, was ich darüber gebastelt habe, erweckt es häufig den Anschein oder eigentlich immer den Anschein, da würde die Sonne reinscheinen. Und das ist einfach so schön für mich. Ich liebe das wirklich. Es ist aber auch klar, dass man in so einem Urwald kaum einen Fisch zu Gesicht bekommt und genau das seht ihr auch jetzt gerade in diesem Video. Ihr werdet nämlich nicht alle Fische, die es hier gibt, in diesem Video sehen. Was ihr aber hier sehen könnt, sind mal wieder Saugmäuler. Ich weiß auch nicht, ich habe für Panzerwälse und Saugmäuler echt eine Schwäche. Und die Saugmäuler, die ihr hier seht, sind die LDAs 25, die man lange Zeit nicht mehr bekommen konnte, weil die Ausfuhrbestimmungen aus Brasilien so waren, dass man die Tiere nicht ausführen konnte. Das hat sich zum Glück verändert und ja, deswegen habe ich die Tiere jetzt auch. Ich habe die aus einem anderen Becken hier reingesetzt und sie fühlen sich hier richtig wohl, fressen super gut. Sonst sind am Start in diesem Becken natürlich noch die Choridoras Habrosus und Pygmäus und Aspidoras Paukiratiatus gibt es hier noch. Allerdings glaube ich nur noch zwei bis drei Tiere. Und mittlerweile jetzt auch die Feenpanzerwälse, also die Choridoras Atropesonatus, die ihr schon aus dem Video zur Zucht über diese Panzerwälse kennt oder kennenlernen könnt, wenn ihr das Video schaut. Die Choridoras Atropesonatus haben ja ganz, ganz viele Babys gehabt und diese Babys zeige ich euch auch gleich, denen geht es nämlich auch super gut. Wir bleiben aber noch ganz kurz im Bioreo. Es gibt hier noch die Schildsalmler, wenn auch nicht mehr allzu viele und noch einen einzelnen Torpedosalmler und ein einzelnes Guppimännchen. Ja, ja, die Guppis. Der Torpedosalmler hatte diese blöde Krankheit, die ich in meinem großen Wohnzimmerbecken wirklich überlebt und es ist mittlerweile fast ein Jahr her und er lebt immer noch, ist quitschvergnügt und hat auch keine anderen Fische angestellt, äh, eingestellt, angesteckt. Verdammt nochmal. Ja, das Bioreo ist also wirklich mein allerliebstes Lieblingsbecken und oft genug verbessert es echt meine Laune, wenn ich mal wieder eine blöde Zeit habe, muss ich einfach nur reinschauen und dann geht es mir eigentlich wieder ein bisschen besser. Den Babys der Panzerwelser, habe ich ja schon gesagt, geht es auch wirklich in ihrem Kindergarten super gut und sie sind zusammen mit den Ringelhälschlingen, die ziemlich verfressen sind, aber denen es eigentlich auch ganz gut geht. Ich mag, muss ich sagen, techniklastige Becken auch sehr gerne, weil Technik ist, ein Teil meines Berufs besteht aus Technik. Ähm, ich mag es also wirklich sehr gerne und ich mag auch Skeps sehr gerne, aber ich mag auch diese urigen, einfachen Becken, die mit, mit kaum Technik auskommen, super, super gerne, wo man die Pflanzen kaum schneiden muss, die auch ohne Düngung auskommen, ohne CO2 auskommen, ja, die man nicht schneiden muss, nur ab und an auslichten muss. Wie gesagt, ich liebe diese Becken sehr gerne, mein Wohnzimmerbecken ist allerdings ein ziemlich techniklastiges Becken. Das gibt es nämlich immer noch und in dem Fisch-Tuberkulose-Video habe ich euch über die Probleme mit diesem Becken und mit dem ganzen Quatsch, den ich da erlebt habe, ja schon berichtet. Und ich habe auch angekündigt, wenn der letzte Fisch nicht mehr ist, werde ich das Becken ganz neu machen und es wird etwas geben, was ich noch nie gemacht habe und das klang so, wow, es wird etwas ganz Tolles geben. Ja, und was seht ihr jetzt? Das Wohnzimmerbecken. Nur außergewöhnlich und wow, ist es nicht. Habe ich jetzt mein Versprechen nicht gehalten? Jein, das Becken war nämlich lange Zeit ohne Wasser und ich habe im Keller geweckelt und am Ende bin ich total gescheitert. Mein Plan ging absolut nicht auf, aber dazu wird es demnächst auch ein Video geben, denn ich finde, aus gescheiterten Versuchen kann man auch eine ganze Menge lernen und ich habe richtig ordentlich herumgeweckelt und bin richtig ordentlich auf die Nase gefallen. Ja, und zudem kam auch im November und jetzt wird es ein bisschen persönlich, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, weil es erklärt diese ganze Aquaristik-Geschichte hier auch ein bisschen. Ja, im November kam nämlich eine Krachernachricht und diese Nachricht hat mich so ziemlich von den Füßen gehauen. Ich kann euch hier leider keine Einzelheiten nennen, aber am Ende des Tages sollte ein riesenhaft großer Umzug bevorstehen und auch noch ziemlich weit weg und andere Alternativen schien es echt nicht zu geben. Jeder, der Aquarien hat, kann sich denken, dass ein Umzug mit ganz vielen Aquarien ziemlich stressig und ziemlich schwierig sein kann. Es war auch nicht der Umzug alleine, der mich so ein bisschen von den Füßen gehauen hat. Auch sonst sollte sich nämlich ziemlich viel ändern und es fühlte sich irgendwie überhaupt nicht gut an. So kam es, dass ich irgendwie an der ganzen Aquaristik total die Lust verloren habe. Es gab einfach viel zu viele Baustellen in meinem Leben. Also habe ich einfach noch alle Pflanzen und alle Tiere aus den Küchen-Aquarien ins Wohnzimmer-Aquarium verfrachtet, mich eigentlich gar nicht ums Layout gekümmert. Einfach nur die Tiere sollten rein, damit ich möglichst wenig Becken nur noch am Laufen habe. Gestalterisch seht ihr ja, habe ich mich nicht wirklich ausgetobt. Ich wollte es auch mich nicht wirklich austoben. Ja, im Großen und Ganzen ist mein geheimes Projekt auch nicht gelungen. Die Nachricht von dem Umzug und dem Ganzen, das war einfach ein bisschen zu viel. Seit dieser Geschichte allerdings sind ein paar Monate vergangen. Ich habe auch noch Lösungen gesucht, die ich das Ganze ein bisschen anders gestalten kann. Und ich denke, ich habe einen guten Weg gefunden. Und ich muss voraussichtlich doch nicht umziehen. Also alles wieder gut, denke ich mir. Nur das Wohnzimmer-Aquarium ist immer noch nicht wirklich gut. Aber es gibt einen neuen Plan, liebe Leute. Und der sieht vor, dass ich mein Geheimprojekt nochmal in Angriff nehme. Diesmal aber mit einem neuen Becken mit ganz anderen Massen. Das Becken ist auch schon bestellt. Und die Alu-Winkel oder die Alu-Profile für das Untergestellt liegen auch schon bei mir im Flur. Also wird es hier demnächst auf diesem Kanal eine Reihe von Videos geben, wo ich euch auf die Reise mitnehme, um das Projekt von vorne bis hinten ganz zu begleiten. Und ich freue mich schon richtig drauf. Als nächstes Video gibt es allerdings wie versprochen einen Bericht zu den Torpedo-Zwergbundbarschen. Darauf könnt ihr euch für nächste Woche freuen. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderprächtige Zeit. Danke fürs Schauen und bis bald.